Willkommen zurück zu einer neuen Folge Darksiders 2! Wir sind weiterhin im verlorenen Tempel. Wir haben jetzt hier den netten Fahrstuhl-Kreationisten dabei. Hallo! Endlich bin ich hier oben, den ganzen Tag im Fahrstuhl gestanden. Oh, da ist ein Loch. Willst du da rein? Nein. Ach man, komm schon, du musst doch... Nein, ich muss nicht. Ich will zersmashen! Na gut, dann zersmash mal. Ist ja auch okay. Kannst du hier dann vielleicht rein? Okay. Das ist aber nett von dir, danke schön. Ähm, können wir irgendwo gegenketten jetzt? Ich denke nicht. Äh, gut, da drüben ist jetzt offen. Ähm, wo ist denn die Schatztruhe? Ist sie hier unten? Ja, da ist sie. Dann droppen wir einfach mal. Wir werden schon irgendwie wieder hochkoppig. Ich kann nicht. Unmöglich! Unmöglich! Ähm, du bist doch nur zu faul. Äh, welchen haben wir denn gerade? Boah, mit 74? Nee, 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 nee. Keine Debatte. Können wir hier noch weiter runter eigentlich? Äh, äh, unwahrscheinlich. Ich sag mal unwahrscheinlich. Äh, sag ich doch. Oh! Oh! Moment! Okay, das hätte uns hierhin geführt. Ja, okay. Dann egal. Dann egal. Dann holen wir uns erstmal den anderen Dicken. Dann geh ich dann hierher, weil der Fahrstuhl... Der braucht ja jetzt auch nicht die ganze Zeit oben sein. Komm mal, Miet. Wir brauchen dich noch für die andere Kugel. Für das andere Loch. Äh, hier für dieses hier. Knacks! Soooot! Yeah! Soooot! Soooot! Hm? Äh? 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 Wie komm ich denn da rein? Wie komm ich denn da rein? Aha. Ah, jetzt muss ich mit dem anderen hierhin rollen. Wie komm ich da rüber? Ah! Achso, das ist der Zauntrank. Soooot! Und... Und... Swood! Yeah! Einfach rüber gecheatet! Ich bin so dick! Ich roll hier lang! Ja, ja, mach das mal mein Dickerchen! Du machst das echt gut! Ich smash dir das Tor! Ach komm, du bist ja viel zu schwach dafür! Ich bin nicht schwach! Ich bin nur dick! Na gut, okay! Er ist nur dick, er ist nicht schwach! Aber er kriegt das Tor trotzdem nicht zu smash! Das möchte ich gleich! Okay, okay, du bist ja... Ist ja cool! Jetzt lass mich ruhig, ne? Nein, ich will... Ich will runter! Ich will... Oh! Ja, genau so! Danke! Ist ja immer noch nicht offen! Ey! Wie krieg ich das auf? Mann! Hallo, Mama! Wie bekomm ich das auf? Hallo! Wie bekomm ich das auf? Ich glaube... Da muss uns... Unser... Nein! Unser Dickerchen helfen! Oh! Oh! Die Kette brauchen wir ja, um rüber zu kommen, ne? Aber... Jetzt passt... Ah! Äh! Ach komm, scheiß auf! Trick 17! Hey! Hä? Oh! Kagedo! Komm hoch! Komm hoch! Ja! Yes! Mann! Ich hab doch so einen coolen Trick drauf gehabt! So! Jetzt will ich... Auf die Kette! Wie kommen die auf die Kette rauf? Hä? Wofür sind die da? Ja! Na also! Du Dödel, du! So, jetzt bin ich hier... Nein! Ist mir jetzt egal! Lass mich runter! So, vielleicht ist jetzt... Hier nämlich dann offen! Genau! Eine Seite aus dem Buch des Todes! Wie lang wir denn jetzt schon davon? Fünf! Na, danke! Ich glaube, da fehlen noch so einige! So! Dann noch mal einen kleinen Hulk Smash! So! Und... Dann können wir hier rüber! Und auf den Balken! Und auf die andere Seite! Und... Easy! Alles geholt! Nice! Alter! Das sieht... ...gar nicht so unfancy aus, muss ich sagen! Gefällt mir! Oh! 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 Da drüben sind Viecher! Oh! Okay! Smash! Nice! Aua! Alter! Was willst du denn hier, du dickes Tier? Achso! Der wollte mir nur die neue... ...Panzerung vorbeibringen! Oh! Wovon hängt das ab? Ob wir exekutieren können oder nicht? Ich würde gern häufiger exekutieren können! Ist da unten was? Ja! Da ist was! Da ist nichts! Na gut! Irgendwann haben wir es jetzt... ...ganz genau gesehen, dass da nichts ist! Das ist doch auch schon mal was wert! Nee! Wir könnten so viele Mythensteine versteckt sein! Und ich würde sie alle nicht finden! Das ist so gemein! Wop! Okay! Eh! 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 Huh! Eh! Nö! Nö! Da ist nichts! Nö! Nö! Ist auch nichts weiter, dann... ...juggeln wir einfach weiter! Ich sehe überhaupt nichts! Aber das wird schon richtig so sein! So Gegner, kommt her! Ich bin bereit für euch! Hab doch grad was gehört! So ein kleines Donnern! Ich habe keine Ahnung, ob oder wie wir da hinkommen! Aber irgendwie würde sich das wahrscheinlich auch nicht lohnen! Nee! Ach, dann egal! Dass du dich überregnest! Äh! Da, wie machst du das denn jetzt? Aua Ach, vielleicht mehr schmiert es einfach so da durch. Passt schon. Oh, da kommt was dickes. Keine Lust auf Pirscher. Au, 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 au. Das muss weg. Au, au, au. Ich will den anderen. Komm her. Nein. Wechsel doch aus, Junge. Welchen du anwählst. Den einen haben wir zersmashed. Und in den Hitter. Aua. Aua. Und... Nomaden Eisenstiefel. Auch nicht so schlecht. Ja, gut, dann gehen wir jetzt halt durch die Tür. Wenn die uns nicht vorher durchlassen wollen. Also diese Kämpfe gegen Gruppen von Gegnern sind noch nicht so richtig, mein Ding. Nach wie vor. Oh, hallo. Apropos Gruppen. Ist hier ein Ei? Okay. Kein Ei, oder? Aber Heiltrank, ja. Heiltränke sind sehr gut. Die brauchen wir ein paar mal häufiger. So, hier ist zu. Da ist zu. Nierum Larum. Alles zu. Dann, äh... Ja, gehen wir halt hier rum lang. Wir wollen hier noch nach oben. Ja. Oh. Noch eine Twelter-Chest vielleicht? Oder ein Heiltruck? Oder so eine... Magical... Magischer Stein für Steinbeißer? Alter, dich zu smashe ich auch noch. Au, jetzt ist der richtig kaputt, der Typ. Oh, da will ich rüber. Ach. Ich will doch da rüber. Hui. Hoppa. Hoppa. Oh, noch eine Seite aus dem Buch der Toten. Kann ich da bitte rein? Ach, danke. Yeah. Seite 6 von 10 aus dem ersten Kapitel. Oh Gott. Wie viele Kapitel es wohl gibt? Ich hab keine Ahnung. So. Kugel rein. Und Kugel macht welche Tür auf? Die vor uns? Ne, die hinter uns, ne? Die hinter uns. Ja, da gehen wir dann... Da gehen wir dann beim nächsten Mal rein. Schauen wir uns mal an, wer dahinter so wartet. Bis dahin. Tschüss! Bis zum nächsten Mal.